So und herzlich willkommen zurück auf Shisha Lounge TV. Heute haben wir für euch was ganz schönes vorbereitet und zwar haben wir einmal den Ice Limp Tabak von Alvaha und den Golden Pipe Tabak Cool Blueberry von Golden Piper. So also wir haben zwei getrennte Schießers und zwar einmal in einem Ice Lemon und einmal in der anderen Cool Blueberry von Golden Pipe Tabak. Pass mal auf Waren. Und ja das würde ich sagen das war ein Stromausfall. Wir sitzen hier im Begriff. Und ja ich würde sagen das kommt ja in den Outtakes. So und das war unser Kameramann der hat hier die Sierung ausgeballert. Also wo haben wir stehen geblieben? Ja beim Tabak. Wie gesagt noch einmal Ice Limp von Alvaha und Golden Pipe Cool Blueberry. Ja also wir rauchen in einer Shisha Ice Lemon pure und in der anderen haben wir Ice Lemon mit Golden Pipe zusammen gemischt. Also ich muss sagen der Tabak ist noch recht gut. Und Rauch halten ist auch sehr gut. Und zum Tabak kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich rauche jetzt auf Alufolie. Ich habe meinen Tonkopf zerschossen ab. Ist kaputt gegangen beim Aufsätzen. Deswegen klassisch mit Alufolie geht das schon. Ja und so ich rauche auch mit meinem Tonkopf um einen Batscher Aufsatz. Und ja das ist dann klasse. So und herzlich willkommen auf unserer Endcard. Hier oben findet ihr die letzten beiden Videos die wir gemacht haben. Einmal der Crazy Melon Tabak von Amazing Tabako. Genau. Und ja wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es nicht wisst ihr Daumen nach unten. Wie immer in die Comments könnt ihr reinschreiben was wir verbessern können. Was wir als nächstes reviewen sollen. Und wir würden sagen guckt den Rauch. Bis zum nächsten Video. Ciao.